Man möchte ein Lost Tempel sein. Was? Zensier mal. Nein, das springt doch runter. Oh nein, das geht nicht. Jetzt sag ich schon mal zurück. Ja, dann muss ich das für nächstes Mal hin. Ach ja, genau. Willkommen zurück. Mit den üblichen Verdächtigen für diese Aufnahme, weil... Alle sind weg. Sind so alleine. Was ist das? Wieso sind wir denn üblich verdächtigen? Okay, da sehe ich nur die Hälfte des Bildes. Hä? Nur die Hälfte? Jaja, also die andere Hälfte ist an so ne Wand. Roku, dir ist grad irgendwas runtergefallen. Ja, Wahnkrücken. Oh. Ach, ich bin so glücklich. Für alle, die es noch nicht wissen, Roku, der hat jetzt schon... Der klopft schon an der Tür zu 70. Geht aber schnell. Nein, er läuft jetzt schon aufrücken, weil er weiß, dass er Leopardets spielen muss. Hä, das geht immer noch nicht, Mann. Mit Tee? Nächste Aufnahmesession. Nächste Aufnahmesession. Nächste Aufnahmesession. Nächste Aufnahmesession. Ah, sehr schön. Oh. Seitdem mir das erklärt worden ist... Oh. Nein, danke. Hm. Aber für Roku ist das vielleicht was. Was? Ihr habt mir den Link doch geteilt Was ist mit Link? Den habt ihr mir doch geteilt zu ihr Zu ihm, zu es War das jetzt gerade ein Baby? Ich bin, ich bin Nein, was nicht Jetzt muss ich doch mal hinterher gehen Guck, du ne Ecke wie ein Geist Ah, das kennt man von mir nicht anders Muss ich doch mal Ne, hier liegt nichts, ich dachte schon Ich weiß nicht, wo ich bin Ruh, wo ist es? War das? Na komm, lass schnell danach Daran, wer ist es? Ruko ist es, Ruko ist es Oh Fuck Jawohl Fuck, fuck Ich hasse diese Tricks mit Weißt du, ihr könnt aus den doch Rote Dicke Wunder mit der Melanade In Schau Oh, das geht doch Allerbüter vor mir Soll ich das so Hä? Diese Wasser gibt es doch gar nicht so Weißt du, so ein Riesenzahl Auch von Arm ist überhaupt nicht auffällig Ach, das war so schlecht Und Ruko kam mir auf einmal entgegen, versucht mir sein Schrot ins Gesicht rein zu pumpen Ich sehe nur noch rot und auf einmal war er tot Ach, ich hätte mir vorher eine Waffe mitgeben wollen Scheiße Stimmt Au 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 Jetzt hat Lukas mich geschubst Sie ist dritter Wat? Lukas dritter, sie ist geschubst Mensch, verstehst du hier so rum? Ich bin so ne Liedel Eigentlich müsste man als Illuset hier oben gewinnen, oder nicht? Eigentlich ja Es sei denn, da kommt jemand ein Jackpack hoch Stimmt Haben wir nicht Ja, stimmt Haben wir nicht Ich bin immer noch, ich habe gewonnen Arsch Au Au Wat? Ich bin schon voll Gepärten da jetzt geschrien Ich lauf dir mal hinterher, ja? Äh, wieso? Nein Nur so Warte, ich sehe, dass doch alle am Leben sind Nein Ja, ich mein, ja Nö Wir haben zu laufen hinterher, das tue ich nicht Gut Aua Äh, achso Oh, nein, schnell, jubel Tora bist du am Leben Wundert, dass niemand, dass da sich nicht jeder irgendwie Oh, hi, grüß dich Wo ist der Feind? Äh Äh, hüpf einmal für Du Wordest getötet und zweimal für Selbstmord Hüpf Wat? Das war zweimal, ne? Oh Okay Gut, er ist einmal tragisch zu vergestochen Oh, all gut Nein, ich wurde getroffen Er hat sich vergiftet, also er wurde vergiftet Ich sehe seine Leiche Er ist durch die Giftfeine durchgelaufen Ah, okay Mein Freund, das Fass und ich, wir gehen jetzt Geh weg da Was? Ihr seht aus wie Zlinge Wie, ist jetzt schon einer tot? Ja Wer war's? Wenn Ruko schon so unschuldig tut Also was heißt Unfall? Ja, ja, weil Ruko ist immer ein Unfall Naja, also glauben könnte ich das schon Er liegt doch da bei den Giftfeilen Äh Sag so, kommt auf mich zu Entschuldigung, ich will nur nicht auch an den Pfeilen sterben Dass ich glaube, ob man die auslösen kann Ich glaube, die Pfeile sind immer aktiv, ne? Ja, weiß ich nicht Doch, ja, sie sind immer aktiv, je nachdem wer schon drüber gelatscht ist Okay Also wer einmal drüber gelatscht ist, bei dem sind sie dann beim zweiten Mal nicht mehr aktiv, ja? Ne doch, ähm, beim ersten Mal kannst du Glück haben, dass sie nicht ausgelöst werden, aber der zweite der dann drüber will Mhm 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 So Hallo Ah, wer ist das, wer ist das für Axto? Ich hab grad deinen Zwillingsbruder da unten runter kullern sehen Au Oh, hier ist so eine Falle Ah Ich bin's nicht Nuka, hilf mir Warum? Ah, ne, will ich auch nicht helfen Hehe Oh, ich mag die Map nicht, ich weiß nicht, wie das mit den Pfeilen funktioniert Warum konntest du da so durchgehen durch die Falle? Welche Falle? Die hier, dieser lange Gang Der lange Gang ist? Hä? Der lange Gang hier? Welcher? Mit dem sprichst du? Ach, mit dir Mit mir? Diese Nerven sind gerustig Welchen Gang meinst du denn? Den, den Gang, den du gerade durchgelaufen bist Hä? Wo ich mich nicht traue, der jetzt folgen Au Das ist weg Ob du ja mit den, der schmale meinst du? Genau Das ist kein Fallengang Das ist ein Fallengang Nö Ach Nö Ach Nö Oh, hier ist auch wieder so ein Fallengang Das ist keine Falle Dann geh doch nochmal durch Bin ich jetzt schon zum dritten Mal jetzt schon? Dann bist du Traitor Ne, bin ich nicht Hahaha Bei mir ist alles grün Grün? Wo bin ich denn jetzt? Ich geh einfach mal hier an Tschüss Luca, du lebst doch, ne? Ja, ich lebe noch Du Ich bin... Ich hab mich versteckt Wo denn? Sag ich euch nicht Absichtlich versteckt, wo kannst du dann wurde ich wieder raus Ey! Oh! Ich werde hier genervt Hahaha Geister Ich hab's gesehen Du hast ne Tür auf und zugemacht Ich hab's nur ne zugemacht Ach nee, das kann jeder, ne? Ja, das kann jeder Hier ist schon eine zu, hm? Luca ist bestimmt da oben drin Na Ach so, Moment Wo geht's denn hier In die hinteren Räume Hier Backstage sozusagen Wo geht's denn da dann? Ich hab keine Ahnung Was? Backstage? Da hier ist irgendwo Ich würde ja gerne auf dich schießen, aber ich... Mach's lieber nicht, ich bin unschuldig Ja, das sind die Verfürchtungen, glaub ich auch Hier ist doch irgendwo Gibt's hier noch einen Gang Da kommt man in die Hinterabteilung War das da? War das da? Ich weiß nicht Also wir sind nicht die, du bist jetzt sicher, ne? Was? Wir sind nicht die, du bist jetzt sicher, ne? Ich bin mir sicher, dass ich, äh, unschuldig bin Okay Und ich bin mir sicher, dass sie da oben drin ist Hier, da oben drüber Also ich glaube, hier kann man auch gar keinen Fall lang Ja Ah, kommt fast Das ist aber schlanker Stimmt Ich hab auf das Fass gerade geschossen Ich hab auf das Fass gerade geschossen Ja, ja, ich glaube dir jetzt auf einmal Aua Oh, auf einmal? Das Fass hat... Wir haben doch schon aufgetannt, äh Aaaaaaah Ich lebe Äh, und... Wir haben ja... Ah! Cool Cool Ahaha, Anuka, wo war's? Ich wurde hier vom Geistern belästigt Aber sag mal, Anuka, hattest du Schaden gekriegt? Wirklich, oder? Ja, natürlich! Wir fehlen fünf Fehlerpunkte Ach, fünf, ja Fünf Fehlerpunkte Ich hab Anuka gefunden Ach, das war ja... Hey! Ist der Pfeiler? Haha, huuuh Ach ne, ich will hier von oben aus starten jetzt. Luca, du verwechselst an die mit an der. Echt? Ja. Dann scheiß. Oh, korrekt. Sieht doch aus wie ein Diegel, ne? Ja, auch noch ein Diegel. Ich bin was anderes als ein Diegel, aber ich find nix anderes. Na toll, ne Mac. Besser als... Bist du Bergso, Bergso? Ja, ich bin's, ich bin's. Was? Bergso ist es? Nein, ich bin ich. Du bist du. Wenn Ruko da mit anfängt, dann ist es schon so. Ja, natürlich. Äh, am besten ist auch immer der Schwupp, äh, wir sind ein Team, ne? Mhm. Den Schale warst du eigentlich aber auch, was du hast. Ja, aber diesmal hast du nicht gesagt, dass wir ein Team sind. Ah, das ist meine Kanzel, oh ne. Bäh. Ah, den draten. Ich streute die Knusperparty an die Wand. Seitdem ich weiß, was das bedeutet, ist es ekelig. Deswegen dachte ich mir einfach so, ist bestimmt ein perfektes Bild für TTT. Äh, wie ragsst du? Bist du kaputt, ne? Warum? Ich bin, weil ich gerade Pfeil abgekriegt habe. Oh, du hast Pfeil abgekriegt? Drei. Oder sechs. So wie Ruko, äh, von Jason, ne? So, äh. Was? Im Hinter, da ist doch so ein... Achso, besser. So ein Wurfmesser in die Wand reingegeben. Ja, bist du. Ah. Hier ist eine Falle offen. Ah, Ruko läuft noch da her. Schlechte Idee. Nix da, Ruko. Also eine Falle ist offen. Eine Bodenfalle. Eine war schon geschlossen, das. Oh nein. Ich trau. Da geht nix auf. Da geht ne Lack... Da geht die Luca auf. Die war doch gerade noch zu. Ich geh rückwärts wieder raus. Oh, die ist denn mit von dir? Ruko, hast du jetzt ne andere... Du hast doch ne andere Waffe in der Hand geguckt. Das ist die Ziege, die Hammer. Ruko, hinter dir, Luca. What? Nein. Nein, hinter dir. Oh nein. Äh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Was? Wie zu viel. Äh, bleibst du mal da hinten? Wer? Wo, 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 wer? Ich? Nein, Viraxo. Ja, ich bin weg. Bin weg. Wo kommst du her? Das hab ich mich auch gefragt, als, äh, als zu von. Oh, mir geht's gut bei den Fallen, okay. Tschub, 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 tschub. Wie, dir geht's gut bei den Fallen? Das hab ich mich auch... Ich bin jetzt so durchgekommen. Ähm. Das hab ich mich auch gefragt, als Ruko auf einmal mit einem, äh, Raketenwerfer runtergesprungen gab. Nett. Ich bin, glaub ich bin, bin hier falsch. Hä? Das geht doch gar... Nö? Ah, warte mal. Wegwerfen, aufnehmen. So, Leute. Jetzt zeige ich euch den Lost Temples mal richtig, ohne, dass ich, äh, äh, tja. Ja, was? Ohne, dass ich mal umkomme. In einem von diesen Serven werde ich Ruko demnächst beerdigen. Dann hat er die Wahl. Entweder Left 4 Dead oder ein Freund sagt. Oh, oh, wie kannst du? Ah, mein Gott. Hier. Ich, 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 also, der Helm. Wer war's denn? Wofel. Okay. Was war denn los? Ja, was war denn los? Oh, das ist schlecht. Ich hab nur noch drei HP. Hä? Was war passiert? Oh, ich wollte das Feuer auf mich eröffnen. Toll. Oh, Feuer! Das war so schlecht. Ja, wenigstens wurdest du von kein, kein Quälgeist genervt. Oh, feier. Ich leb ja noch. Hat mich auf einmal ein Fass angesprungen. War nicht so toll. Also, das ist im echten Leben nicht passiert. Dass die Fässer anspringen, oder was? Ja. Ja, kommt drauf an, wie dick der Freund ist. Oh nein, nicht schon wieder die Waffe. Nicht, dass ich dick bin, aber trotzdem. Ich hab auch nicht gesagt, dass du mich ansprichst. Davon hab ich kein Wort erwähnt. Ne, 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 ne. Hab ich schon verstanden. Hä, das ist doch ganz anders. Das geht doch gar nicht. Äh. Hi. Ruko, bist du schon wieder? Nein. Du gehst doch freiwillig hinter mir her. Ja. Das ist... Höh. Scheiße ist das. Böser. Das machst du mit Absicht. Das machst du mit Absicht. Ruko ist es bestimmt. Bin es nicht. Der geht freiwillig hinter mir her. Nein. Wir sind ein Team. Ah, er ist es. Auf jeden Fall. Wir sind ein Team vom Weg. Guck mal hinter dir, Ruko. Ne, ne. Ruko, ich gucke ja hinter dir und du guckst hinter mir her. Ich vertraue dir. Aha. Vorsicht Pfütze. Aha. Äh, Sackgasse. Nein. Nur noch Sackgasse. Sackgasse, glaub mir. Oh, hallo. Hallo. Ich hatte einen Zeugen. Ich hab... Ah, lass das jetzt scheiß Ball. Ich bin weg. Äh, ich glaube da kommst du nicht neben dir durch. Aua, 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 aua. Ach nein. Haha, ihr traut euch nicht. Ne, trau ich mich auch nicht. Ne, jetzt wäre ich groß. Ich hab... Ich hab zwar nur noch 60 AP, aber egal. Da kommst du nicht neben dir durch. Siehst du doch, hab ich's geschafft. Hö. Raxo sind wir... Ich glaub nicht, dass wir ein Team sind. Hat der schon wieder verwundet? Ich seh immer wie Raxo immer nur verwundet. Was? Ich bin doch nicht verwundet. Hallo? War das nicht der... Ist das nicht der Traitorraum? Das wird Luca sein. Ich bin verwundet. Der dampft grad irgendwas. Ah. Ist das nicht der Traitorraum? Ne, ist er nicht. Ist hier irgendwo nicht gemeint, wie man sich nicht durchkommt? Hier ist grad irgendwas zugegangen. Oh nein, das ist böse. Oder aufgegangen oder irgendwas irgendwie. Hallo. Ach nee. Du bist doch wirklich gesund. Hat ich dann dann verwundet gesehen. Äh, Nuka. Ich, ich... Ach so. Ich bin durch die Giftpfeile durch und ich glaube, jetzt müssten aber alle ohne Probleme durch die... ...Bisspfeile, ja. Giftpfeile durchkommen, weil ich glaub, ich hab alle mitgenommen. Patient tot. Der ist tot? Ah, ich hab mich nicht getraut, da reinzugehen. Ah, auch doof. Der war doof. Ah, auch doof. Nein, das ist ein Gewehr, das weiß ich doch gar nicht. Weg damit. Über die hier. Ich komm mit dieser Map nicht klar. Warum denn nicht? Ich hab auch immer das Gefühl, dass alles woanders ist. Ja, 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 irgendwie, äh, ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, lol. Wer war denn da? Was ist das? Och, nö. Och, scheiße. Ah, Luca. Oh, ich hab's wiedergefunden. Wir sind sicher. Bring ihn mal. Was? Äh, du hast jemand Unsichtbares in der Hand. Ich glaub nicht, dass sie ich sicher bin. Das ist eine Mc10. Ich seh das aber nicht, weil du nix in der Hand bist. Äh, die ist immer im Schritt. Guck mal näher. C. Nein. Ich komm nicht in deinen Schritt. Äh. Was war das? Das ist explodiert und ich war's nur, du warst es nicht. Wir sind IT. Hm. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich hab sowieso nur noch 56er B. Also wenn ich gleich nicht mehr rede. War gerade das von dem Traitor. Wenn ich gleich nicht mehr rede, dann war dasadaum. Oh, guck mal. Die brauch ich. Ah, nein, meine. Aha. Weg, 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 weg. Hilfe. Lass mich runter. Lass mich runter. Lass mich runter. Lass mich runter. Wo bist du? Ich bin durchs Loch gefallen. Ja, aber ich auch. Wo bist du? Ja, ich bin abgehauen. Was denkst du denn? Biraxu, du denkst du schon mal? Nee, ich bin neu mit dir. Biraxu? Okay. Noctura? Okay. Falls du jetzt nach mir fragen willst, mir geht's gut, danke. Ja, dann warst du es, ne? Ich liebe es zusammen, du dummes Kudus. Sehr gut, hast recht. Den ersten, den wir von dir bald sehen, den machen wir kalt. Ich traue mich nirgendwo mehr hinzugehen. Oh, nee, da auch nicht. Da sind die Gifffeile. Nochmal überlegen, mich das nicht. Könntest du jetzt durchgehen? Nee, ich traue den Gifffeilen nicht so. Ich habe nur noch nicht mehr so zu. Alter, das war voll aufmerksam. Die Ruhe ist. Ich wollte auch schon mal gemacht. Ah, f*** der mich einfach weg hier. Nee, nee, nee. Rosevoll, Ziel erreicht. Na, ich wollte Dingens noch. Rosevoll, Ziel erreicht. Alles klar. Gut gemacht. Ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich was ins Genick gekriegt habe. Oh, das war die Taube. Boah. Das ist so ein spitzenes Nabel. Horst du amere. belle Daube. Wir sehen. Wir sehen. Vielen Dank.